Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Let's Play I Am Live. Ähm, ja, was haben wir denn alles gemacht? Wir haben große Heldentaten verbracht und zwar haben wir Mace Mutter zurückgebracht. Oh. So lighten die Feuerwerke und geh' hier so schnell wie du kannst. Genau, sie sagt auch schon, was wir als nächstes tun müssen. So heldenhaft wie wir sind, werden wir das höchste Gebäude in dieser Stadt beklettern. Und ein Feuerwerk zünden, damit das Boot, was uns dann abholen kann, das sieht und ja quasi anlegen kann. Somit würde ich sagen, feuerfrei, wir gehen wieder in die Stadt. Munition haben wir ja jede Menge, auch Ressourcen. Ich denke, wir werden jetzt, wir sind auch, denke ich, ähm, ich denke, wir sind auch schon ziemlich am Ende des Spiels angelangt, weil, wenn ich mir kurz mal das Inventar angucke, wir haben alles. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und hier sind wir auch sehr gut ausgerüstet. Ich denke, wir nähern uns dem Finale. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, wo wir auch hin müssen. Da hab ich noch überhaupt keine Ahnung. Was sagt denn die Karte? Ach, da hinten. Okay, wie kommen wir denn Zugang zum Hochhaus schaffen? Oh, wartet mal kurz. Warum auch immer, wenn der Controller noch angeschlossen ist, ähm, dann möchte die Karte sich nicht mal stillhalten, sondern muss sich immer bewegen. Okay, wie kommen wir denn da hin? Wir müssen hier hin. Und dann da rein quasi. Okay, das kriegt man doch hin. Hier holen wir noch mal Luft. Und dann gehen wir straight da lang. Okay, na dann. Wir haben ja auch unsere Maske. Das heißt, das verschafft uns etwas mehr Luft. Ich hoffe, hier unten laufen nicht auch noch wieder Viecher, äh, Viecher, ähm, Läuterung. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Abgrasen müssen hier, denke ich, auch nichts mehr. Da waren wir schon gut unterwegs. Was ist eigentlich mit unserem Dude da hinten, der uns die Schriftflinde gegeben hat? Der ist nicht mehr da. Naja, egal. Er hat ja seinen, seinen Sinn, vorbildlich, ähm, ja, hinter sich gebracht. So, jetzt klettern wir hier gerade noch mal hoch und kurz frische Luft schnappen. Ist eigentlich unser Raucher noch da. Ist ja gut. Ist es wird eng? Ne, ist es wird nicht eng. Alles gut. Ne, der Raucher ist nicht mehr da. So, jetzt erstmal frische Luft tanken. So, und jetzt müssen wir eigentlich hier unten, hier lang. Das heißt, hier muss es irgendwie weitergehen. Na, schauen wir doch mal, wie wir das hinkriegen. Ja, diesen. Vor allen Dingen wähle ich mal ganz schnell die Schriftflinde ab. Keine Lust im Panikmoment, ähm, dass der mir hier wieder Schriftflinde durch die Gegend schießt. So, jetzt müssen wir hier irgendwo lang. Ist hier irgendwo ein, hä, hallo? Durchgang. Man weiß es nicht. Hier ist schon mal der Abgrund. Gibt es hier irgendwo weiter? Ah, sieht aus, dass ich durch die Schriftflinde auf den anderen Seite gehen muss. Ist es jemand hier? Huch? Ah, da kann man hochklettern. War doch einer hier, du hast gebrüllt. Entschuldigung, der Staub. Wo ist denn der? Hä? Hallo? Ist der hier unten irgendwo? Wo jammerst du denn? Ich, ich, ich sehe, ich sehe dich nicht. Den hatten wir schon mal gesucht, ne? Na gut, jetzt gehen wir erst mal. Ja, ich bin hier, aber ich finde dich nicht. Aber hier drüben waren wir noch gar nicht. Also hier können wir links hoch. Dann schauen wir jetzt mal nach rechts. Ja, ich weiß. Ich gucke ja schon. Ich komme ja schon. Wie hier wunder? Ich kann mich auch nirgendwo hinhängen. Aber da unten ist was. Das sehe ich. Guck mal hier irgendwo lang. Nein. Hier hinten vielleicht? Nein, alles dicht. Ja, ich weiß. Ich finde dich nicht. Moment. Ich, ich, ich gucke mal nach oben. Vielleicht finde ich, vielleicht sehe ich dich von oben. So. Eason, hoch mit dir. Huch. Oh. Ähm, okay. Von hier kommen wir auf jeden Fall nicht zu ihm. Ah ja. Das könnte ein längerer Weg werden. Natürlich ist hier nichts versteckt. So. Also gut. Wo kommen wir denn jetzt am dümmsten hin? Jetzt schon die Hälfte verbraucht? Du machst mir ja Mut. Komm, komm, komm. Schön hoch, 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 hoch. Das war ein Fehler. Oder nicht? Oder ja? Naja. Okay. Wir sind schon mal irgendwie drin. Äh, Eason. Hallo? Scheiß Kamera? Da geht's denke ich nicht runter, ne? Also müssen wir irgendwie hier hoch. Wie kommen wir hier hoch? Ähm, ja, 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 das ist, äh, oh, was ist denn hier? Aha, okay. Und, falscher Knopf. Und dann müssen wir wohl hier hoch. Ah, wir sind in der Toilette gelandet. Alles klar. Dann müssen wir wohl irgendwie hier hoch. Ich merke schon, die Steuerung, die wird mein Freund. Ich merke schon, die ist, äh, ich will hier hoch. Eason. Komm, was ist denn los? Zick nicht. Hüpf da hoch. Was hast du denn? Magst du da? Ach, du willst nur da hin hüpfen. Alles klar. Da, eben so. Okay, okay, jetzt müssen wir wohl hier hin. Oh oh, oh oh. Ich dachte, jetzt kommt eine Katze. Oh Gott, jetzt ist es auch noch hier dunkel. Ich bin verwirrt. Oh, ich befürchte, wir sind hier nicht allein. Das ist kein gutes Zeichen, wenn Feuer brennt. Okay, es brennt gar kein Feuer, das war die Sonne. Na gut. Warum wählst du dir jedes Mal die Schrotflinte aus? Es wird ein Massaker, wenn ich mich wieder verdrück. Okay, und jetzt wieder runter, oder was? Hoch, runter, was ist... Nein, ich meine... Ei, ei, ei. Oh, das wird ein Freischwinger. Äh... Wohin? Oh man, wohin? Oh mein Gott. Ich muss ja gestehen, in dem Spiel ist mir sowas jetzt tausendmal lieber, als das mit den Gegnern. Oh scheiße, ich revidiere. Ich find's kacke. Oh man. Muss ich jetzt hüpfen? Oh Gott, nein! Warum bist du nicht gehüpft? Ey, das halte ich ja nie durch. Oh Gott, das krieg ich nicht hin. Es tut mir leid. Wir werden alle Versuche verplempern. Hoch, 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 hoch. Links, 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 hoch, hoch. Oh ja, es macht voll Spaß. Ähm. Das war der falsche Weg. Ach, hier oben müssen wir hin. Okay. Nein. Warum, Eisen? Warum sollte ich jetzt den Pfeil umbogen wollen? Huiuiuiuiui. Gut, ich brauche das. Oh oh. Ich glaub, das ist grundsätzlich geschlechtes Zeig, wenn wir das Spiel freiwillig in die Kugel gibt. Ähm. 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 Und jetzt? Ich mein, das Szenario sieht schon nicht schlecht aus. Also das bisschen, was man da sieht. Aber. Wo muss ich denn jetzt hin? Doch, hier lang? Nee. Wo? Ach. Ich guck mal eine an. Da muss ich hin. Ähm. Okay. Wenn ich hier gleich anfange, dann hoch. Ja, okay. Das ist, das könnte interessant werden. Klettern, 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 hüpfen. Okay, gut. Doch, einwandfrei geklappt. Sooo, was denn? Okay, jetzt muss ich wohl hier lang. Hier hoch. Nein. Eieieieiei. Juhu, wir haben wieder Wiederholungen. Kann ich dir ja wieder gepflegt auf den Kopf hauen. Kann ich da rein? Nee. Nein, geht nicht. Ja, dann. Sehe ich schon irgendwelche Gegner? Nee, aber jede Menge Kletterpassagen. Oh Gott, da haben wir aber einiges vor. Na, jetzt wollen sie es aber wissen. Ähm. 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 Ach, hier, oder? Oh je, mein Mann. Ich schau. Oh. Oh man. Oh man. Ich mach' ich doch. Wohin hättest du mich jetzt? Wohin soll ich denn? Ich kann nichts machen. Was ich nicht gut finde. Ähm. Ach komm schon. Ja, ich drück doch. Wohin soll ich denn? Ja. Ach, Herrgott. Ja, und nu? Wieder nach unten, nach links, nach rechts. Ja, das macht das, na toll. Wurde ich aus. Ähm. Nee, äh, so ne, im Moment. Doch. Ja, und jetzt? Meisterlampe. Jetzt stehe ich da, wie doof. Hänge so rum und weiß nicht, wohin lang. Kann ich da weiter hoch? Nicht wirklich. Oder? Nee. Ah, halt nicht so viel. Ach, macht das jetzt? Eason? Ah ja, okay. Jetzt hat er es mal gemacht. Ja, Moment. Ich ziehe dich mal hoch. Wo ich das mal aus. Also da ist die Steuerung schon ein bisschen komisch. Äh, runter. Nicht so weit runter. Ich kann sich das mal ausruhen. Kann sich das mal ausruhen. Ähm. Da ist ein Haken. Oh, Mann. Also gefühlt haben wir noch nichts gemacht. Also sind wir noch nicht wirklich hochgekommen. Außer, dass wir einen Haken verblämmert haben. Ist da irgendwas? Dann lässt mich da nicht rüberspringen. Oh. Wo hängst du denn auf? Oh, ein, 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 ein. Oh, Muni. Jetzt kriege ich hier Muni ohne Ende. Jetzt brauche ich einen Kletterhaken. Ach, das will mir mich doch verarschen. So. So. Ähm. Okay. Ähm. Oh, Mann. Ich bin froh, dass Eason, bevor diese Katastrophe war, in seiner Freizeit free-climbbar war. Oh ja, Kletterhaken finde ich sehr gut. Und hier hätte ich nicht hingemusst. Das finde ich nicht gut. Wo muss ich denn hin? Ach doch, hier muss ich hin. Ähm. Eason. Eason? Eason? Ähm. Eason? Was muss ich machen? Keine Wunsch, dass ich so weit weggebekommen kann. Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Ach, Spiel. Mach mich fertig. Komm, geh hoch. Ähm. Ich hau wie bekloppt auf die Tasten, aber er macht nischt. Okay, lasst uns mal kurz schauen. Ähm. Komm ich hier nochmal weiter hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ich muss hier irgendwie lang. Ja, das ist schön. Warum macht das denn jetzt? Die ganze Zeit hab ich gedrückt. Das Spiel will mich echt verarschen. Mann, das nervt. Okay, hier. Da muss ich mich runter, äh, droppen lassen, wahrscheinlich. Um an das Geheimversteck zu kommen. Vermute ich mal. Na, gucken wir doch mal. Ach nee, hier geht's hoch. Aber wollen wir's mal. Das war knapp. Und da ist nicht mehr was. Scheiße. Ach, das ist ein Haken. Ach, ich hab gewusst, das hat alles ein Haken hier. Na gut. Dann klettern wir hier weiter hoch. Äh. Zack. Zack. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Wie viel Energie braucht das? Okay. Ich muss mal, äh, tanken. Was bringt das nochmal? Ausdauer finde ich gut. Äh. Wie ist schon voll? Was? Ach so. Ach so. Ähm. Ähm. Okay. Äh. Äh.